...bewertet und wir sehen euch von Herrn Dr. Fleischhauer gemacht. Bis es aber so weit ist, möchte ich noch ein, zwei Fragen an unsere Studie stellen. Liebe Marianne, wir fragen mich jetzt gerne an. Was glaube ich keinem Scheiß, du hast selber mal bei einem Casting teilgenommen und hast hier genauso wie diese drei gestanden und gezittert. Wie fühlt man sich da? Also ich habe nicht vorhin... ...wollte ich... ...wollte ich? ...hat da? ...drei Beine kracht hier alles. ... nue ... ... ... Vielen Dank.